Der Wirtschaftsminister Gabriel redet viel von zusätzlichen Investitionen, bleibt aber bei konkreten Vorschlägen blank. Im Jahreswirtschaftsbericht finden sich die schon angekündigten 3,3 Milliarden Euro des Finanzministers. Aber erst ab 2016 zusätzliche neue Investitionen, da finden wir keine Vorschläge des Wirtschaftsministers. Dabei ist der niedrige Ölpreis und der schwache Euro, der zu einer starken Exportwirtschaft führt, wie ein Jackpot für die Bundesregierung. Sie könnte jetzt handeln, sie könnte Investitionen in die Zukunft tätigen, Bildung, Forschung, digitale Netze, Elektromobilität. Hier legt der Wirtschaftsminister keine Vorschläge vor.